schönen guten tag liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge dead by daylight heute mit dem handwischer hallo hallo weißt du wer es ist ich geb dir ich geb dir tipp es reibt sich auf willi richtig ich glaube es bei mir also ich habe ich habe herzschlag kommt weg gelaufen weißt du okay alles klar das war klose er ist erst recht zu mir okay also er war gerade bei mir in der nähe weißt du was er hat ruhig ernsthaft ja fängt ja gut an ja das war's mit der folge wir sind richtig richtig übrigens hat minster hier mit also wenn du liegen solltest oder wenn er dich schon jagt dann sagen wir mal bescheid da kann ich für den hier und falls liegen soll das kann ich dich quasi instant heilen ja ich bin ein das tut und was sie dann steht was kaputt gemacht hast du hast du eins gefunden das läuft jetzt sogar so schön du hast dann leuchtet macht es tut er kaputt jetzt hier auch du bist direkt hinter mir ich bin von wobei du vom gebäude da wo du das tut er verstört ja ich dachte ich nehme ich habe jetzt ein zweiter gelevelt dass ich das auch habe es ist halt eben zu welchen runden mega praktisch weil wir zu zweit arbeiten dass das zieht so nach enorm die genutzt werden kommen wenn man dann noch eine weise die es dabei hat ich bin einfach nicht direkt von dir noch ebenso ich was er und so kaputt gemacht hat hier hat es funktioniert ich glaube er will mich ja er macht immer doch nicht er will er will die andere knapp bei ihr das war ja ich hab's auch gesehen das war echt interessant ich weiß was noch viel cooler wäre wenn er sich nicht direkt aufheben würde ja das wäre echt cool ja ich hätte das hätte ich auch nichts gegeben wo bist du denn gerade? in einem gem, direkt hinter dem gem den du machst ich glaube du bringst ihn in den keller ich bin mir nicht sicher ich bin im keller fall zu ja ich lock ihn grad weg juckt ihn nicht ja er kommt wieder ne was ich halt so cool fände ist wenn man so ähm so einen Kommentator hätte so im Snape Style ja verstehst was ich meine so schon wieder im Keller faszinierend der tägliche versucht sie vom Hacken zu rechnen 5 Punkte abzufüglich finden doch ach komm ganz ehrlich mein Gott würde Jen so toll für das dann heiraten doch ey ich hoffe der andere kommt raus ja kommt doch ihr verfügt? also wir sind safe ja? ja ja also ich hab Herzschlag ich weiß nicht ob ich so safe bin ähm das liegt einfach nur daran dass du gerade mit mir sprichst ja ja er ist doch hier er ist bei mir entweder ja äh hilft ihm nicht dass ich den Generator passen muss hm ja 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 der Generator ist gleich fertig ja ja ich sehs er ist irgendwie geil auf dich kann das sein oh man das fand ich ja nicht so witzig das fand ich ja nicht so witzig ja ja wieso jagt jetzt mich oder nicht dich ich 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 hör gerade nicht drauf klar dass wir einfach diesen Gem machen konnten Ich habe keine Selbstheilung mit. Eigentlich hast du es verdient, anzulingen, weil wer sowas vergisst. Ich habe ihn doch gestunnt. Warte, warte, warte. Nein, das war's. Ich wollte gerade Insta-Kit nehmen. Kannst du ihn blocken? Ich bin zu spät. Entschleidungschlag ist da, aber... Ja, toll, der Morit ja gleich, wenn ich gleich wiederliebe. Er campt. Ja, doch nicht, warte. Er kommt. Ja, er geht hier nicht weg. Er campt mich, glaube ich. Ich glaube, er campt mich. Ja, 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 er glotzt mich die ganze Zeit an. Ja, ja, er campt, er campt. Definitiv. Der hat bestimmt so einen Klein. Ja, ich habe ganz genau gesehen, wie viel... Mann, er campt, er läuft die ganze Zeit hin und her, links nach rechts. Ich kann ihn gar nicht verfolgen. Ich glaube, er hat... Ich glaube, er hat Dings. Ich glaube, er hat Norbert. Er ist voll schnell. Aber es bringt ihn nichts, weil dich jetzt campt. Naja, ich kann das hier machen. Ey, wenn er jetzt wirklich Norbert hat, ne? Ist es wirklich der dümmste Killer, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe? Ich weiß nicht, aber er campt mich. Schade, dass meine Spritze gleich weg ist. Warte, sie ist... Ja... Aber gut, ist egal. Er campt mich immer noch. Er campt mich immer noch. Ist das im Ernst? Ja? Er campt mich immer noch. Ja, 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 sag ich doch. Sag ich doch, er hat nur... Ja, jetzt ist er auch langsamer. Ja, jetzt ist er langsamer. Wow. Just wow. Ist das einfach ein Verblick. Ja, er campt mich immer noch. Ja, er campt mich immer noch. Ich verstehe die Welt nicht. Aber wenn du mal ein Spieler so bist, ist doch verdammt. Ich habe keine Ahnung. Sollen alle die Zuschauer und campten? Ich hasse euch. Oh, wir hatten heute... Shelley hatten wir einfach einen Screamer. Also einen Switch-Screamer. Der uns gecampt hat. Und am Ende noch so richtig so schön, wie sie halt alle so sind. Oh, easy. I'm so gut. Oh. Er hatte fünf Zuschauer. Er gleich bestimmt auch. Er läuft, er läuft wirklich nur nach links oder nach rechts. Aber campt mich hardcore. Also rennt mal raus gleich. Ja, ich rennt mich raus. Ja, ich seh das. Ich seh das, du bist... Ja, ich seh das. Du T-backs, oder? Nee, aber jetzt. Achso, aber irgendjemand T-backed. Also T-backed sogar mehrere Leute. Jetzt, jetzt rennt er los. Jetzt rennt er los. Jetzt rennt er los. Oh Mann. Na gut, dann gucke ich nochmal eben schnell wie du entkommst. Ja, wie jetzt. Achso. Alles klar. Dann danke ich für's zugucken. Und bis zur nächsten Folge. Dead by Daylight. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.